Willkommen zurück zu Ghost of Tsushima, ich bin euer Fiorobo und scheinbar muss man hier, wenn man... Wenn man hier, wie ich schreie, muss man sich eine bewusste Klamotten tragen, wie hier scheint. Okay, dann können wir mal... Schreie noch, okay. So hier ist der Kai-Banner auch, ja. Der würde auch nicht passen, die ganzen Banner zu finden, ne. Gut, dann gucken wir mal. So, ja, die Brunienrüstung, glaube ich, haben Lust. Okay. Okay. Ja, ich würde die mal ein bisschen schneller laden würden. Okay, die Brunnenrüstung hat er an, okay. Dann... Mal lang. Mal lang. So, man muss sich Schaden machen, oder wie? Was passiert? Okay. Und? So. So. Mal gut geklappt. oder muss es bei nachts sein ach verdammte statue heilen was kriegen wir jetzt dafür einen neuen hut jahre namhelm ein stort des ronens aus einer welt gewandt verzehrt mit federn setzen die gern noch eine neue sache bekommen ok damit habe ich jetzt nicht gerechnet der entschossenheit waffen verursachen was man so wenn er hier unser jemand des trostes an abgeschlossen ich einfach mal sagen reisen wir mal hier in die richtung so ein bisschen schnellreise reicht dann mal ne option oder ja jetzt würde ich auf jeden fall noch alle banner sammeln müssen ach du meine güte ist noch ne menge banner glaub ich dann machen wir eben den ort da wo da eine schnellreise eine erinnerung ich will euch nicht verletzen die welt wird sich an euch erinnern als großen krieger weisenanführer und als vater dann hart dank findet mich im nächsten leben hätten wir ihn verschont wäre wäre das dieses hier nicht zustande gekommen Der Tod ist real. Ich muss stark bleiben. War ganz doof gefragt. Haben wir standhaft geblieben? Neuisse Quelle? Hallo, Kleiner. Hallo? Hallo, Motherfucker. Äh. Ah, da. Cool, haben wir neuisse Quelle gefunden. Endlich mal. Wir sehen wieder seinen Hintern. F-Cin. Das Nia nüber. Mein Freund fährt. Und fährt. Über positive Dinge. Ja, mal hätte ich Kage auf See verloren. Nochmal ertrage ich das nicht. Ja, wir kriegen ein bisschen Gesundheit. Wuhu. Aber Kage ist ja schon unser zweites Pferd. Ne? Deswegen wäre jetzt, sage ich mal, Anfangszeichen jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich da hin will. Aber ich habe hier gesehen, hier ist auch noch was. Nein, da seht ihr. Deswegen will ich da gerne mal hin. Äh. Nein, da rum. Oh. Du bist nicht stark genug. All dieser Zorn kann dich nicht retten. So schwach und gebrechlich. Eure Waffen. Ha. Nutzlos. Nichts davon ist real. Ich muss stark bleiben. Ja, das sagtest du bereits. Ich glaube, bei dem Pferd kann man auch wieder was gucken. Echt? Okay. Ich habe jetzt gedacht, zu erinnern, das erste Pferd so. So, dann schauen wir doch mal. Oder F. Nee. Pass auf. Bann ich. Ich dann zack, ein Banner. Ach, nochmal eine Bogenschießübung, okay. Bin zwar doof, aber hey, ich brauche die Pfeile. So, hallo, hallo, hallo. Nächste Bogenausforderung. Ich sehe eigentlich schon, wie viele ich davon habe. Ich habe die falsche Rüste, man fühlt mir gerade. Wenigstens kann er schießen. Ne? Fakt, aber wenigstens zwei. Gott, ich mache einfach alles. Überlass das dem alten Markig. Bissen. So. Also, wir haben auch x-mal ein bisschen Watt. Wie ist der nicht kaputt, jener? Oh, ganz knapp. Ja, das ist eine Förderkacke, wo geflogen ist. Gut. Passiert. Moment nochmal. Nein, 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 nein. Warum hat er nicht angezogen? Mann, ach, Mann, nein, nein. Nein, 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 9 Sekunden nur ein verschossener Fall, ne. Habe ich jetzt auf mich vertraut gehabt? Ach, Mann. Ja. War doof. War schlechte Leistung von mir. Nicht mehr auf mich vertraut. Ich muss mir an mich glauben. Hi. Hopp. Hopp. sehr schön vielleicht kriegen wir noch mal was, wenn wir das Ding alles auf Gold kriegen ja, jetzt müssen wir mal da hab ich mal so, noch was hier noch mal was was muss doch hier noch sein ich kann mir vorstellen, dass hier nichts ist oder? das was man alles gemerkt auf dem Kontrollei das ist wieder sehr gut gemacht den Affen schreien schauen wir mal würde ich jetzt sagen Lost auf Entdecker es geht hier weiter hoch und aber auch hier zwischenreihen durch hier die gefährlichen Klippen sehr viele Wege jetzt noch mal hier so hä? ok ok, jetzt ist aber immer noch Lever verarscht der Weg mal der andere Weg vielleicht auch verarschen ok mal schauen Glühmchen jetzt runter hä? hä?! 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 dass ich nicht verstehen oder? nicht doch hier runter nicht doch hier runter nicht doch hier runter Euer Weg führt in den Wahnsinn und Tod. Was kommt denn hin oder was? Ne? Verlassen. Keine Banner. Ist das der ganze Weg? Geht in einen Banner oder was? Kann ich mir nicht vorstellen, ne? Muss ich gestehen? Kann ich alles gewesen sein? Ja, komm. Das ist ein Dauer Weg. Ja, komm. Das war der Weg, den ich gemacht habe jetzt, ne? Von hier kam ich. Einbauen. Einbauen. Sehr gut. Fuck. Oh. Okay. Okay. Möchtest du mal hier raus, wo ich hochklettert wäre? Oder wie? Doch nicht. Oder doch? Ja. Keine Ahnung, wo ich schieben, ob hier ein Kletter, ne? Ich mach einfach nur. Und, wenn ich hier so rein. Wenn du jetzt schocken musst. So. Dann geh mit mir lang. Wo komm ich hier raus? Ist das überhaupt ein Tempel? Zack. Ja, das Feature kommt nicht zu oft vor. Das ist halt dafür viel zu... Wie soll ich sagen? Viel zu... Das ist halt intensiv, sag ich mal. So. Affenradiktum, hey. Wir haben die... Panzer für... Affen. Hey, 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 hey. Hey. Ich sollte mich noch einmal an Mutters altem Lied versuchen. Sie wollte nie, dass ich still sitze. Sie lehrte mich zu spielen und zu tanzen. Wie ein Affe. Wie ein Affe. Um... Ja, ja, kleines F-chen, ne? Weißt du mal. Lach nicht dabei. Als ein Leid endet, fühlt sich der Ort wie ein Heiligtummann. Wie ein Heiligtummann, so. Äh. Wollte ich gar nicht eigentlich. Ups. Wollte ich da auch nicht skippen. So, haben wir das, das, ne? Insel Saru. Mal. Wir sollen ja noch irgendwie, ne? Wir sollen ja irgendwie noch in eine Bucht rein. Ne? Für Dixemstar. Das ist jetzt für... Die roten Farben, ne? So, haben wir noch ein wenig zur Kai-Banner hier. Ne. Sevent. Können wir dafür den... Eben, ne? Mua, Banner. Eben, ne? Ah. Das war ja es, Nanak. Ehh. Da. Da. So. Gehen mal hier. Schau mal. Die Richtung. Die Richtung. War hier irgendwo? Ja. Die Bremde ist stark. So. Da. Wie schön sind's denn? Seid ihr glaub ich wohlkommen, oder? Das ist der Kälber, oder? Ah, ok, ich weiß wie Zack, so Ich wollte ja auch von Feen warten jetzt, so wie Wenn wir einen Haken ranwerfen können, weil es eher Glück hat können Ich fühle mich ganz weit in die Richtung Dann schauen wir es mal Ok, wir können wieder los Tut meinem Sohn nichts Hört auf, bitte Ist das der erste, den wir gehörtet haben? Der Vater und sein Kind Sie beide zusammengekauert Das Gift wird immer noch Ähm Seid gegrüßt, mein Herr Wieder mit den Farben Kenji, was macht ihr denn hier? Hier gibt es keinen Kenji Ich bin untergetaucht Wenn bestimmte Leute wüssten, wo ich bin, wäre ich längst tot Gut, das dient eurem eigenen Wohl Wenn das erste Schiff nach Tsushima fährt Bin ich der erste an Bord? Glaubt mir Ja Ja, aber wir dürfen noch nicht nach Klima, oder? Ne War noch nicht freigeschaltet So, so nach den Typ mit den roten Farben Kennt ihr den Weg? Den Weg wohin? Zum Wolkenwald Tempel Sie sagen beim Adlerstamm werden wir mit Essen versorgt Und sind in Sicherheit Bei Mongolen ist niemand sicher Wenn sie Lügen verbreiten Finde ich diesen Tempel und setze dem ein Ende Okay, so eine neue Information bekommen wir mal. Sollten wir warten bis sie uns finden, Fune bietet Alkoholmöchene Prämen mit dem Unbodenverfahren. Vielleicht könnten wir über Patrouille kommen. Der sollte es hier vielleicht treffen, aber... So scheinbar bis jetzt auch nicht, ne? Ah. Keine Ahnung, Bruder. Die Prum hängt auch wohl fest oben bei dem Legendenfehler da. Vielleicht. So. Und hier? Im Legendenmodus, okay. Hier haben wir auch den Typ. Vielleicht noch rot gekleidet, oder? Hab schon stärkere gesehen. Schon stärkere gesehen, oder? Diese Kleidung. Was ist denn mit dir los? Äh, war ja vorher hier gewesen, ne? Dass er da hingezogen. Keine Ahnung, wo ist. Leger mit den roten Farben. Die ist auf jeden Fall nicht. Hm. Dann gehen wir mal hier hin. Da sucht man in die Richtung. Aber nah. Au. Aua. Oh. Ich hab' immer Glück gehabt. Und da seh' ich ihn. Okay, nehmen wir ihn mal hier runter. Aua. Gott, eigentlich hält sich noch mal fest irgendwo. Gut. Dann halt eben nicht. Nein, nehmen wir halt hier. Oh, ich muss ernsthaft wieder... Ich muss die Dinger suchen. Auch irgendwas machen. Eieieiei. Nicht hart. Und das Ganze 30 Mal. Das sagt er aber auch. Und zwar. Wir reisen da hin. So. So. Ich habe ihn. Aber gut. Ja. Ich bin auch darüber. Manchmal ist die Störung echt nicht cool. Muss man einfach mal sagen. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? So, auch da ist er ja. Was ich relativ easy bekommen kann. Kann ich ja mal sagen. So. Wollen wir mal bei der helfenden Hand scheinbar. Helfende Hand, by the way. Nix. Das ist doch der Typ mit deinem Haudern. Einmal nicht. Naja, wir werden die 100% von Ikki auch machen. Davon ausgehen. Wird er in die Richtung? Haben wir da schon einen Starr auf dem Mügel oder wie? Ja. Ich werde ihn auf jeden Fall schon mal klimpern. Und mal gucken wie wir da hochkommen. Dann schwimmen wir ja hier. Hä? 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 Jaaa? Echt ein bisschen sehr kompliziert. Echt ein bisschen sehr kompliziert. Zum Tod meines Sohnes. Zum Tod meines Sohnes. Als ich meinen Sohn das letzte Mal sah, stritten wir. Damals erschien mir der Streit wichtig. Jetzt, da er tot ist, realisiere ich, dass ich ganzlos er war. Mein Sohn war ein hübscher junger Mann. Er hatte dichtes Haar und beim Lachen ein Grüppchen auf einer Wange. Er malte gerne und ich ertrage es nicht, dein Kunstwerkzeug unbenutzt zu sehen. Nimm es, wenn du magst. Vielleicht führt dein Geist dein Pinsel. Ich bringe Schönheit in die Welt, schätze die deine Liebsten. Alles vergeht zu schnell. Ihr habt mir geträumt. Sagt ihm. Ihr seid Chinshimura. Treue Diener der Shoguns. Mein Erbe. Mein Sohn. Ich bin nicht euer Sohn. Ich bin der Geist. Das Gift wirkt immer noch. Ja, das wissen wir aber schon. Wie sehr Gift anfällig bist du? Ich glaube, die oberste Laterne ist hier. Okay. So. Warte ist da. Da zeig ich nächste Banner. Da zeig ich noch ein Blümchen. Ah. Das DLC verbindet ein bisschen mehr. Verbindung zusammenfährt. Wie viele Enderungen haben wir denn hier? Junge, Junge, Junge. Er hat sich an jeder Ecke an seinem Vater, seiner Mutter. Ihr seid nicht allein auf dieser Welt. Ach du kommst doch mal vor. Ist der Adachi-Klan für euch da? Ist der Adachi-Klan für euch da? Der Adachi-Klan ist tot. Ich habe versucht, sie zu retten. Masako, sucht die Schuld nicht bei euch. Ja, aber... Der hat gerade Masako überlebt. Wir haben ja nochmal gegen sie gekämpft. Das weiß ich ja noch. Ich glaube, es ist ein bisschen Schatz jetzt überlebt oder nicht. Bum. 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 Bum auf der Suche nach Bannon. Aber ja. Sack, warum man diese Sackle-Mana ist noch gibt. Wir haben schon mal ein Viertel fest geschafft. Haben wir das Pferdchen? Gucken wir mal. So, wenn wir 10 Stücke haben sollten, wäre das relativ gut, glaube ich, ne? Ich bin ein Blümchen. Ach, wo bleibt. Und dann haben wir uns da in Atom, oder? Und dann haben wir uns da in Atom, oder? einfach hoch und dann hier lang und dann ist es da der weg aber ich komme nicht wieder ein noch nicht zack so ja wo war der mich hin für eine vogel das ist dann aber ich schaue ja schon ab ich weiß ja eh dass ich nicht da habe weg komme sage ich mal ich nehme ich Gegner ich komme schon da hoch da frage ich mich gerade dass ich den nächsten weg nutzen könnte ja naja da kann ich ja auch weg dann aber gut da bringt mir das kopf nix natürlich will ich ihnen einen weg zeigen aber ich bin ja lang da lang der Adler ist hier aber ich komme nicht wieder rein noch nicht so so und ich will nicht dann die 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 Das ist ein Samurans! Okay, tschö. Oha. Achso, aber das ist ein bisschen an der Stelle, okay. Ob ich nicht mehr weiterkomme, okay, ich verstehe. Oha. Oha. Ah, das ist noch ein Englisch. Oha, ich muss nur den Blöden-Bananen. Besser gar nicht, wenn ich echt nicht wo ich hinkletter. Oh, ich sehe auch gerade die Folge ist ein bisschen lang. Ups. Ich weiß, was ich hier tue, es tut mir leid. Aber vielleicht können wir den Banner jetzt noch. Ich weiß nicht, wo ich hier bin, ey. Ja, ich höre den Banner. Könnte der richtige Weg für den Banner zu sein. Oha, jetzt ist da ein Banner noch. Mit der schwerste... An. Echt viel zu tun für den Banner, ey. Na wenigstens Blümchen oder so. Äh. War nix. In der Richtung. So. Ja. So. 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 So und. So. So mal hin. Weitere. Weilan zu Belohnung. So ist ein Blitzschlag provozierter. So. So far rein. So. So цел. So das war's also cool. cool, oder? nicht zumindest schonmal cool soo runter ne warte hier oben auch noch was wo war ja noch ein Blümchen warte mehrere Blümchen sogar wo war ja so im Snow da soo my Blümchen soo 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 ok wir haben unseren Banner ich muss trotzdem noch in die Festung rein dann sind wir da fünf, zehn Auer da unten da unten fünf Vogel sechs, nur einfach einfach ein Tempo ok ah ok erst hier auch Ja, irgendwo ein Stern im Gebäude ist mein Banner und irgendwas anderes ist da unten noch. Autsch. Und gefehlt? Kann man das so sagen? Ja, ich will runter. Ja, Sakai. So. Ich muss nicht mehr da rein, ne? Sieht nicht so danach aus. Aber okay, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Roterein. Ciao, ciao.